Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Verwendung. Ich komme, Robo, Sibiria. Nee! Ganzer russischer Weltraumschrott kommt darunter. Raketenstufen, Satellitenteile. Du Abenteurer, du. Ich bin Dolmetscher und Fremdenführer. Was ist mit Herrn Löw? Ich wusste noch nicht, wie man ihren Namen schreibt. Galina Karpowa! Tschüss! Tanze! Danke, keine Tomaten, danke schön. Es geht um das Prinzip der Logistik. Es braucht ihm. Was ist das? Gehlkopfgesang. Etwas gewöhnungsbedürftig. Was ist für Sie? Bist du schön da drin oder machst du auf Schamane? Wer in Sibirien ist, geht in die Banya. Tut gut, oder? Kann man den Teil nicht überspringen. Gerne. Was machst du hier? Ich wollte dich singen hören. Ich fühle mich wie neu geboren. Neu geboren bei den Schoren. Matthias Deutschland, Sayana aus Sibirien. Jetzt muss Leben weiter. Vergiss die Frau. Ich bleibe hier! Ich bin nicht mehr. Twokelt there. Aaaaa glaube ich. Ja. Vielen Dank.